Hi Leute und willkommen zu unserem Leben. Heute ist mein Geburtstag. Wir wollen euch in kleinen Shorts drehen. Ähm, genau, wir haben kein Betrinken, schon getrunken? Ja, genau, also das ist meine Freundin. Die habe ich ja schon mal gegrüßt in dem einen Video. Ähm, genau. Ich werde übrigens elf Jahre. Ähm, genau, ich werde euch kurz zeigen, was ich bekommen habe. So, also ich habe auch was von meiner Freundin bekommen. Einfach mal das Pferd ohne Reiter. Ähm, und das Pferd mit den Nannissen. Genau, ähm, vieles gehört auch mir, aber ja. Genau, das habe ich so grob bekommen. Das ist von meiner Schwester. Hier ist noch eine Kette, die wird auch nicht hin. Knete. Ja. Ja, so, ähm, und... Die andere Geschenke von der Familie. Das hier habe ich noch bekommen, also das Pony nur. Das habe ich noch bekommen. Ähm, heute ist auch meine Familie da, aber die will vielleicht nicht so gefilmt werden. Von daher, sogar meine Freundin wird bisher nicht so gezeigt. Aber damit sie einmal mal drin ist, genau, wird sie mitgewählten. Ja, das war's dann auch erstmal. Ja, stimmt, wir haben noch ein Abendbart. Jeder, also voll gern auch. Genau, ich bin selbst gemacht. Ja, auf jeden Fall, ähm, werden wir euch dann noch ein kurzes Abbrot zeigen. Es wird jetzt nichts Ausführliches, aber so ungefähr, ne? Ja, genau. Ähm, dann sehen wir uns beim Abbrot wieder. Und dann würde ich sagen, früher zum Abbrot. Also, wir haben jetzt gegessen, das haben wir euch jetzt nicht mitgefilmt. Und genau. Naja, wir sollten da nicht so filmen, weil die Familie sitzt ja am Tisch und ja, genau. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert sehr gerne unseren Kanal, aktiviert die Klocke und gebt einen Daumen oben. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.